Die DHV News vom 8. März 2024. Du musst jetzt das Kange retten. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, AWAY Medical und DIRKSGO Shop. Herzlich willkommen bei den DHV News. Wir steigen sofort ein, ohne Vorbemerkungen, in das einzige Thema dieser Woche. Abgesehen vom Ortsgruppenfunk am Ende Bundesrat. Ihr habt alle mitgekriegt, vermutlich auch in unseren letzten Sendungen hier. Auch in letzter Woche, wo wir ja eigentlich diesen Livestream gemacht haben, über die Inhalte des Cannabis-Gesetzes, haben wir ja auch am Anfang deutlich gesagt, es gibt ein Problem im Bundesrat und auch in der Ausgabe davor schon, als wir unmittelbar über diese Abstimmung im Bundestag berichtet haben. Eigentlich ein Feiertag, auch schon angemerkt, als noch alle Medien geschrieben haben, zum 1.4. wird das Gesetz in Kraft treten, dass es möglicherweise Probleme im Bundesrat gibt. Die haben sich jetzt bestätigt und immer mehr gezeigt. Kurzversion ist, es gibt ein so großes Problem im Bundesrat, dass Stand jetzt mit der Anrufung des Vermittlungsausschusses zu rechnen ist. Es gibt im Moment offensichtlich noch eine deutliche Mehrheit dafür, den Vermittlungsausschuss anzurufen mit unabsehbaren Folgen, mit einer Verschiebung des Inkrafttretens des Gesetzes um mindestens ein halbes Jahr auf den 1.10., wenn alles perfekt und gut läuft nach den Plänen, besonders der grünen Landesverbände, die das beantragen. Aber es könnte auch zu einer viel größeren Verschiebung kommen. Es sind dann auch Anträge wieder auf dem Tisch, das Cannabis-Gesetz komplett in die Tonne zu kloppen oder auch alle möglichen anderen Dinge zu ändern am Cannabis-Gesetz. Die Büchse der Pandora wird wieder geöffnet, das ganze Projekt wird wieder von vorne diskutiert und zerredet im Zweifelsfall. Wir müssen das unbedingt verhindern, dass dieser Vermittlungsausschuss zustande kommt. Deswegen haben wir diverse Aktionen gestartet, insbesondere als Kern-E-Mail-Aktionen an diverse Verbände, Landtagsfraktionen speziell und unterschiedliche Parteien, also unterschiedliche Fraktionen, unterschiedliche Bundesländer. Dazu komme ich später nochmal. Es gibt auch noch ein paar andere Dinge, aber insbesondere gibt es das Internet zum Mitmachen. Also deswegen unser Titel heute, Du musst das Cannabis-Gesetz retten, weil ohne euch, ohne massenhafte Beteiligung von jedem Einzelnen von euch, jeder, der hier zuschaut, jeder, der will, dass endlich diese Kriminalisierung von Cannabiskonsumenten beendet wird, zum 1.4. muss jetzt aus dem Sofa kommen oder zumindest die Tastatur aufs Sofa kriegen, ja, auf den Schoß kriegen und aktiv werden und vielleicht auch zur Demo nach Düsseldorf gehen, am 16.3. vor der Landesgeschäftsstelle der Grünen in Düsseldorf, um da nochmal ein Zeichen zu setzen und Politiker ansprechen, online wie offline, rauf und runter, sämtliche Ampelparteien, die an Landesregierungen beteiligt sind, die Linken ebenso in Mecklenburg-Vorpommern, und in Thüringen. Die Sache ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Im Moment sieht es eher schlecht aus. So, das war die Kurzversion. Ihr könnt jetzt sofort irgendwie losrennen und uns auf diversen sozialen Medien folgen, mal die Timeline durchscrollen und gucken, wo ihr überall eingreifen könnt, wo ihr überall mitkommentieren, mitreden könnt und wo ihr an unseren E-Mail-Aktionen teilnehmen könnt. Da gibt es auf unserer Seite eine zentrale Homepage, wo alle E-Mail-Aktionen aufgelistet sind, die wir bisher gemacht haben. Da kommen auch praktisch täglich jetzt welche dazu. Und insofern auch immer wieder neu drauf gucken, ja, nicht drauf warten, dass hier irgendwelche neuen News auftauchen. Guckt jeden Tag am besten nach. Ständig tauchen weitere E-Mail-Aktionen da auf und ihr macht bei allen mit, um diese Geschichte noch über die Ziellinie zu bringen. Die Politiker kriegen das alleine nicht geregelt. Die trauen sich nicht, die verzögern, die haben Angst vor allen möglichen Kritikpunkten, vor Staatsanwälten, die zu viel Arbeit haben und so weiter. Das ist einfach unsäglicher Unsinn. So, wenn ihr jetzt noch mehr dazu hören wollt von uns, dann könnt ihr noch ein bisschen dranbleiben und dann nach den News loslegen. Ich hole also noch mal ein bisschen mehr aus. Erstmal habe ich ja schon gesagt, dass immer mehr Landesminister sich jetzt auch äußern zum Thema Verschiebung. Ich will jetzt nicht noch mal alles auseinanderdröseln, worum es überhaupt geht. Diese ganzen Altaktenberge, wo die Staatsanwälte jetzt angeblich so viel Arbeit haben, sich angeblich möglicherweise sogar strafbar machen, wenn sie nicht zum 1.4. alles aufbearbeitet haben und irgendwelche Leute aus dem Knast gelassen haben, dass sogar die Räder von einer Dealer entlasten werden aus dem Gefängnis. Was in der Pauschalisierung kompletter Bild-Zeitungs-Blödsinn ist, das braucht man nicht glauben. Selbst Lauterbach hat jetzt noch mal gesagt, er hält dafür vollkommen übertrieben, diese ganze Geschichte. Das sehe ich ganz genauso. Lauterbach hat jetzt ein paar Sachen mal gesagt, wo ich ausnahmsweise mal voll unterschreiben kann, was der sagt, der jetzt voll in die Bresche springt für die Entkriminalisierung der Konsumenten. Ganz ungewohnt, dass man da mal denkt, das ist vernünftig, was der Mann erzählt. Auf jeden Fall viele Minister, die jetzt dazugekommen sind in letzter Zeit, die sich geäußert haben gegen das sofortige Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes. Leider vor allen Dingen Grüne, viele Grüne Minister dabei, Grüne Justizminister, aber auch zum Beispiel der Grüne Gesundheitsminister von Baden-Württemberg und auch der Ministerpräsident von Grünen in Baden-Württemberg, Herr Kretschmann, hat sich auch dafür stark gemacht, das ganze Gesetz zu verschieben. Und diese Verschiebung bedeutet halt mindestens ein halbes Jahr weitere Strafverfolgung für Konsumenten. Ihr seid weiter Straftäter, obwohl die Ampel gesagt hat, ihr seid keine mehr, ihr seid nicht kriminell, ihr seid nicht unmoralisch in eurem Tun, aber trotzdem seid ihr jetzt nochmal ein halbes Jahr Straftäter, damit die Staatsanwälte nicht so viel Akten wälzen müssen. Also diese Front ist da, die kommt auch von Grünen viel. Ja gut, bei der CDU ist ja eh klar, dass die das Gesetz beerdigen wollen. Das ist ja logisch, das haben die ja immer gesagt. Von denen haben wir auch nichts zu erwarten. An die richten wir auch keine E-Mail-Aktionen, weil sowieso klar ist, die werden sich nicht umstimmen lassen. Das sind die Hauptgegner sozusagen der ganzen Angelegenheit. Aber dass jetzt die Grünen uns noch von hinten irgendwie mit dem Messer in den Rücken fallen, das war wirklich so in der Massivität nicht abzusehen. Und ja, kann man nur als Verrat werten, wenn es wirklich dazu kommt. Nehme ich auch denen persönlich übel sozusagen. Insofern, das muss man denen jetzt auch zeigen, kurz vor der Europawahl, dass die massiv Wähler zu verlieren haben, dass es um ihre Stammwählerklientel geht. Viele von euch zumindest vermutlich haben die Grünen auch gewählt bei den letzten Wahlen. Auch wir haben die Grünen ja bisher in ihrer Cannabis-Politik durchaus positiv eingeschätzt. Im Bundestag kann man auch jetzt nichts großartig meckern. Die haben zwar nicht furchtbar viele Verbesserungen durchgesetzt gegenüber dem Lauterbach-Gesetz, aber sie haben zumindest nicht quergeschossen, wie die SPD das ja jetzt monatelang gemacht hat. Und da hat man gedacht, okay, jetzt hat die SPD das endlich durchgelassen im Bundestag. Wir haben das endlich geschafft, dass das da verabschiedet worden ist. Und der Bundesrat ist kein Problem, weil die Grünen alleine an genug Landesregierungen beteiligt sind, um das Gesetz durchzubringen. Aber genau das Gegenteil passiert. Die Grünen alleine können jetzt im Prinzip auch dafür sorgen, dass das Ganze bis zum Sankt-Nimmern-Stag verschoben wird. Weil wenn einmal der Vermittlungsausschuss angerufen wird, haben die Grünen nicht mehr in der Hand, wie das dann weitergeht, wie lange das Ganze dauert. Der Vorsitzende des Vermittlungsausschusses wird im Verlauf des Jahres ein CDU-Mann sein, der gegen Cannabis-Legalisierung ist. Allein das soll es schon bei den Grünen alle Alarmglocken klingeln lassen. Ihre Vorstellung, ihre Traumvorstellung, dass sie nur irgendwie das in Kraft treten verschieben, was an sich auch schon irgendwie ein Schlag in die Fresse ist von den Grünen gegen die Cannabis-Konsumenten. Ja, machen wir halt ein halbes Jahr später. Gibt es halt 90.000 Strafverfahren nochmal. Ja, dann können die Staatsanwälte aber besser arbeiten. Ja, es hakt ja wohl. Ja, also bitte. Alle mitmachen jetzt. Ja, wir müssen eine Front bilden. Wir müssen denen klar machen, was sie zu verlieren haben. Es gab jetzt diverse Ausschussbeschlüsse diese Woche schon vom Bundesrat. Der Gesundheitsausschuss hat getagt. Justizministerausschuss, Justizausschuss war heute, da habe ich noch keine Ergebnisse gesehen. Aber es gibt aus den anderen Ausschüssen jetzt schon diverse Hinweise, was da so beschlossen worden ist. Da war auch abzusehen, dass in den Ausschüssen erstmals negative Sachen beschlossen werden, also die Verschiebung beantragt wird. Und es gibt aber da viele verschiedene Anträge. Und es ist auch wohl so, dass im Vermittlungsausschuss zumindest theoretisch nur die Sachen besprochen werden dürfen, die der Bundesrat letztendlich auch da angemeldet hat. Also der Bundesrat kann jetzt sagen, wir möchten das ganze Gesetz auf den Prüfstand stellen. Das beantragt zum Beispiel Bayern. Und eigentlich wollen sie das ganze Gesetz letztendlich in die Tonne kloppen. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, nur Teile des Gesetzes diskutieren zu wollen im Vermittlungsausschuss. Und dann muss sich der Vermittlungsausschuss auch theoretisch jedenfalls auf diese Teile beschränken und nur die diskutieren. Abgesehen davon, dass er das halt dann im Zweifelsfall ewig hinziehen kann, wenn die Leute, die da sitzen, da keinen Bock drauf haben. Aber da ist der Minimalantrag, quasi der Best Case, der da liegt, ist jetzt eine Verschiebung um ein halbes Jahr. Outdoor-Saison kann man vergessen. Nächste Balkonblume gibt es dann erst irgendwie nächstes Jahr, wenn die Sonne wiederkommt. Also auch das schon ein Desaster. Und das ist schon das Beste, was passieren kann. Gibt aber auch zum Beispiel Anträge, weitere Teile des Gesetzes zu diskutieren. Zum Beispiel, ich glaube, Sachsenwart, die haben jetzt noch beantragt, um mal über die Hohe Obergrenze zu reden, die Besitzmengen und so weiter. Das ganze Fass wieder aufmachen, dieses und jenes diskutieren und so weiter. Also letztendlich steht das ganze Projekt wirklich in Frage. Die CDU will ja über den Vermittlungsausschuss auch ganz konkret das Gesetz beerdigen. Und die Grünen haben jetzt die Möglichkeit, im Prinzip zu sagen, nö, mach mal nicht mit. Unsere Bundesländer werden sich alle enthalten. Ganz normales Verfahren. Wir sind uns nicht einig mit dem Koalitionspartner. Wir wollen keinen Vermittlungsausschuss. Also gibt es keinen Vermittlungsausschuss. Das können die Grünen jetzt machen, als Alch-Liegeleis-Partei. Machen sie aber bisher nicht. Deswegen die ganzen Proteste. Wir haben bis jetzt wirklich nur sehr wenige Länder, die tatsächlich einigermaßen sicher den Vermittlungsausschuss nicht anrufen werden. Bei weitem nicht genug. Ich würde sogar sagen, wir haben eigentlich nur ein vernünftiges Statement bisher gesehen, wo wirklich lupenrein, klares Statement gekommen ist von den Linken in Bremen, die da an der Regierung beteiligt sind, die gesagt haben, es gibt keine Zustimmung zum Vermittlungsausschuss aus Bremen. Alles andere sind so halbgare Labereien, so typische Politikergeschichten, zum Beispiel aus Niedersachsen. Alle haben gedacht, Niedersachsen ist safe, weil der Fraktionsvorsitzende der Grünen in Niedersachsen gesagt hat, wir wollen keinen Vermittlungsausschuss, wir wollen keine Verzögerung und wir werden uns in den nächsten Wochen weiter dafür stark machen, dass es keinen Vermittlungsausschuss gibt. Ja, kann man nur sagen, wie stark machen? Ihr müsst euch nicht stark machen. Ihr müsst einfach dem Koalitionspartner sagen, ihr wollt eine Enthaltung. Da gibt es eine Enthaltung, fertig, aus. Zumal die SPD, deren Koalitionspartner in Niedersachsen mit der Justizministerin Wahlmann eine Cannabis-Gegnerin ins Rennen schickt. Die ist sogar Vorsitzende der Justizministerkonferenz jetzt. Und auch der Ministerpräsident von Niedersachsen ist unter den SPD-Ministerpräsidenten einer von denen, die wirklich auch vorgeprescht sind und gesagt haben, ich bin gegen die Legalisierung von Cannabis. Und ja, die Grünen könnten denen jetzt einfach sagen, so, ja, von uns gibt es keinen Vermittlungsausschuss. Ja, wir sind dagegen fertig. Und können uns das auch so sagen. Tun sie aber nichts. Sie sagen, sie machen sich in den nächsten Wochen weiter dafür stark. Das heißt, sie haben noch nicht dem Koalitionspartner angesagt, es gibt keinen Vermittlungsausschuss. Die haben das noch nicht mit denen fertig beschlossen. Und haben mir auf Nachfrage dann auch nochmal gesagt, ja, also die endgültige Entscheidung wird erst fallen unmittelbar vor der Sitzung des Bundesrates. Was unbekehrt heißt, bis jetzt gibt es keine Entscheidung dazu. Ja, ist noch offen. Die sagen dann sowas wie, aber die Tendenz ist ja absehbar. Ja, das liest man dann auch öfter mal von wegen, es zeichnet sich ab, dass der Vermittlungsausschuss nicht angerufen wird. So ähnlich hat es dann die grüne Verbraucherschutzministerin in Niedersachsen gesagt. Aber keiner von denen ist irgendwie in der Lage, mal zu sagen, es gibt keinen Vermittlungsausschuss Zustimmung aus unserem Bundesland. Oder wir werden für die Enthaltung sorgen. Ja, Tacheles, klare Worte, sucht man mit der Lupe, findet man fast nirgendwo. Und das ist wirklich sehr enttäuschend für Cannabiskonsumenten. Und ja, erschüttert einfach auch den Glauben in politische Prozesse, in demokratische Prozesse ganz massiv. Und letztendlich, wenn es dazu kommt, muss man sagen, wir haben keine politische Vertretung letztendlich, die wirklich zum Thema steht. Macht den Grünen klar, was für sie auf der Kippe steht. Aber natürlich auch den anderen, ja, auch die SPD soll natürlich nicht jetzt irgendwie ein Freiticket kriegen. Auch die FDP nicht und so weiter. Aber ja, besondere Enttäuschung, sag ich mal, ist insbesondere bei dem Verhalten der Grünen im Moment gegeben. Was jetzt unsere Aktivitäten angeht, seht ihr tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs. Ja, da sind viele immer dran, so von wegen, die machen ja gar nichts und so weiter. Ja, obwohl wir gerade eine E-Mail-Aktion nach der anderen rausrollen und auch, ja, vor allem im Hintergrund sehr viel zu tun haben gerade. Ja, ich habe auch mich jetzt zum Beispiel in Vorbereitung auf die News mit nichts anderem befasst eigentlich, mal ganz kurz irgendwie international geguckt, ob irgendwas ganz Wichtiges passiert ist. Aber wir machen ja alle Mann die ganze Zeit nur im Bundesrat, ja, auch wenn da draußen im Prinzip nur ein Teil dieser Arbeit sichtbar wird. Eben alle möglichen Gespräche mit Medien zum Beispiel und Politikern, was jetzt bei mir zum Beispiel viel aufschlägt, ja, und viel auch Zeit kostet, aber auch wichtig ist, ja. Insofern macht euch da keine Sorgen, dass wir gerade irgendwie Däumchen drehen oder so, sondern wir sind wirklich volles Rohr am Tun und am Machen. Aber das Ganze funktioniert eben auch nur mit euch, mit dir ganz konkret, ja. Hast du schon mitgemacht bei den E-Mail-Aktionen? Hast du schon irgendwo einen Kommentar geschrieben in sozialen Medien? Wenn nicht, dann mach das jetzt, ja. Sonst kommt das Gesetz nicht am Ende. Geht zur Demo in Düsseldorf. Am 16.03. der Samstag ist das. Also auch gleich nochmal mehr dazu. Was auch noch ganz interessant ist, es gibt wieder Plakataktionen, so ähnlich wie wir die auch gesehen haben, bei der SPD in Berlin, um deren Bundesgeschäftsstelle drumherum sind ja dann wild plakatierte Geschichten aufgetaucht, die die SPD für ihre Blockadehaltung im Bundestag kritisiert haben, aufgerufen haben dazu, das jetzt da endlich mal zu machen. Ähnliche Plakate sind jetzt im Umfeld der grünen Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf aufgeschlagen, aufgetaucht. Ja, da sind uns Bilder zugespielt worden. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch mehr von dieser Art kommt. Also an allen Ecken wird da geschossen. Aber vor allen Dingen, das Internet brennt. Ja, wir haben keine Trecker, aber wir haben das Internet und das Internet brennt. Und das ist sicherlich meiner Meinung nach auf jeden Fall das Wichtigste für die Parteien. Egal, wo die hingehen, ob die jetzt auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter unterwegs sind, die sollten überall den Gegenwind spüren. Die sollten überall die Forderungen sehen. Cannabis, Cannabis, Cannabis. Die sollen möglichst gar nichts anderes mehr sehen. Ja, denen muss klar werden, dass das nicht einfach irgendein 0815-Thema ist. Auch den Politikern, die nicht viel mit Cannabis-Politik zu tun haben. Die meisten, ja, es gibt in den meisten Parteien ja überhaupt keine Leute, die jetzt speziell für Cannabis-Politik zuständig sind. Die machen alles Mögliche. Bei den Gesundheitspolitikern ist das so ein 20. Jahr Arbeit vielleicht. Ja, und bei allen anderen 0. Ja, und trotzdem müsste ihnen klar sein, da gibt es Millionen von Leuten, die sich möglicherweise als Wähler von euch abwenden. Wenn das Ganze jetzt scheitert, macht denen das klar. Ja, jedem von denen. Das darf denen nicht entgehen, dass sie da ein Problem haben, wenn sie das jetzt einfach so durchgehen lassen. Weil ein grüner Justizminister sagt, meine Staatsanwälte beschweren sich gerade über die Arbeit. Oder die, die dieser Story aufsitzen, die machen sich strafbar, wenn sie nicht zum 1.4. alles geregelt haben. Na, alle Juristen, mit denen wir reden, guckt in unsere Timelines auf Twitter. Ja, da sind die ganzen Zitate. Das ist Quatsch. Da macht sich keiner strafbar. Ja, das ist ein aufgeblasener Popanz irgendwie. Die Justizminister tragen das Beste. Und deswegen glauben die Fraktionen das. Und im Grunde ist denen auch vollkommen egal, was da passiert. Sind sie nicht für zuständig? Also macht mal ihr zuständigen Justizminister. Und das dann dazu führt, dass zigzehntausende weitere Strafverfahren kommen. Ja, wissen Sie, wollen Sie nichts von wissen. Sorgt dafür, dass die das trotzdem mitkriegen. Zu unseren Mail-Aktionen noch ein paar Fragen, die so immer wieder auftauchen. Ja, das von wegen, ja, so ein paar Mails schreiben. Was soll das jetzt? Das landet doch alles im Spam-Ordner zum Beispiel. Hört man öfters. Aber wir haben jetzt wirklich zig Reaktionen, die sehr deutlich machen, dass das nicht der Fall ist. Sondern Politiker, die sich darüber beschweren, dass sie überhaupt nicht mehr arbeiten können, weil die Posteingänge komplett blockiert sind. Muss man auch dazu sagen, bei den Aktionen, die wir da gestartet haben, an denen ihr da mit einem Klick übrigens teilnehmen könnt, ja, meistens, in den meisten Fällen reicht das, wenn ihr da nur einmal einen Link anklickt, dann öffnet sich euer E-Mail-Programm. Die ganzen Adressen sind da drin, Betreffs da drin, Text da drin, schreibt mal unten euren Namen rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ändern die Texte, aber müsst ihr nicht, ja, abschicken, fertig. Ganz einfach. Und die landen nicht im Spam-Ordner, sondern wir haben jetzt schon mehrere, gerade heute kam wieder ein Artikel, dass die Politiker, die SPD, in Niedersachsen sich beschwert, ja, dass ihre Postfächer lahmgelegt sind. Ja, die können überhaupt nicht mehr arbeiten, weil da zigtausende E-Mails eingehen von euch. Die erzählen schon irgendwas, da wären Bots da irgendwie im Spiel, würde alles automatisch eingehen. Das ist nicht der Fall, ja. Wir kriegen die E-Mails ja selber auch. Wir sind auch mit im Verteiler, damit wir die jeweils zählen können, wie viele da schon reingekommen sind. Wir haben keine Hinweise darauf, dass da irgendwelche Bots im Spiel sind. Falls ihr darüber nachdenkt, selber da jetzt irgendwelche Bots zu programmieren, lasst es sein. Ja, das ist von uns aus nicht erwünscht. Wir wollen Bürgerdialog, glaubwürdigen Bürgerdialog organisieren. Und wenn die da irgendwie einen Eindruck haben oder irgendwie, ja, vielleicht sogar nachweisen könnten, ja, dass da irgendwelche Automatisierungen im Spiel sind, schadet das der Sache nur. Ja, nehmt daran teil, bitte alle, aber nicht jetzt irgendwelche Programmierungen da irgendwie vornehmen und die dann irgendwie wirklich zuspammen mit computergesteuerten Sachen. Ja, das haben wir ja gar nicht nötig. Wir sind so viele genug. Ich habe auch Sachen, die nicht jetzt von den Politikern selber gepostet wurden. Teilweise sagen die ja selber, wir können nicht mehr arbeiten, ja, und beschweren sich über die ganzen, wie, Cannabis-Leute, die da themenfremde Politiker irgendwie anschreiben. Ja, die sind teilweise richtig erbostet und tun so, ne, als würde sich das alles nichts angehen. Also das sind ja alles Zeichen dafür, dass das doch ankommt, ja, dass das wirklich Wirkung hat und bemerkt wird und ist nicht die feine englische Art, ja, wirklich alle Abgeordneten da irgendwie mit zu bedienen, aber wir haben nicht so viel Zeit, ja, das ist jetzt nicht mehr so lange hin bis zum Bundesrat und deswegen müssen wir ein bisschen mit dem Holzhammer agieren, ja, damit das wirklich allen klar ist, was sie da dabei sind, für ein Desaster zu produzieren. Warum nicht alle Landtagsfraktionen, warum nicht alle Parteien, warum nicht alle Bundesländer? Ja, wir haben jetzt unsere Aktionen danach ausgerichtet, wo am offensichtlichsten gegen das Cannabis-Gesetz gearbeitet wird. Wir haben angefangen mit den Grünen in Nordrhein-Westfalen, wo der Justizminister, ein Grüner, Herr Limbach, von sich selber sagt, er würde den Widerstand koordinieren. Bei ihm laufen die Fäden zusammen, dass alle Grünen jetzt möglichst für eine Verschiebung des Cannabis-Gesetzes, für die Anrufung des Vermittlungsausschusses stimmen. Deswegen haben die zuerst irgendwie unsere Mails abbekommen. Aber wir sind dann auch weitergegangen, Grüne Hamburg zum Beispiel, wo auch die grüne Justizsenatorin entsprechende Forderungen aufgestellt hat und so weiter. Grüne Baden-Württemberg, viel Grüne, weil die am meisten enttäuschen, weil die die Legalize-Partei sind, die haben am meisten zu verlieren. Da sind die meisten Wähler für Legalisierung, da werden sich die meisten Wähler abwenden, wenn sie das wirklich durchziehen. Und sie können alleine das Ganze verhindern, wenn sie nur wollen. Wenn sie sich an ihr Programm halten, wer die Sache sofort erledigt. Aber wir haben jetzt auch SPD mit drin, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, SPD und FDP, die jeweils entsprechende Statements rausgehauen haben, dass sie jetzt für die Verschiebung sind. Insofern sind wir da flexibel unterwegs und hauen da jeden Tag eine weitere Mission raus, sozusagen. Heute haben wir Mecklenburg-Vorpommern gestartet und werden auch munter so weitermachen. Teilweise haben wir jetzt auch in einer Aktion gleich mehrere Koalitionspartner in einem Bundesland adressiert. Eben zum Beispiel in Rheinland-Pfalz haben wir FDP und SPD zusammengepackt in eine Mail und die beide gleichzeitig angesprochen. Ja, von daher, guckt immer wieder nach, guckt jeden Tag nach, macht da mit, das kommt an, das hat Wirkung und wir kriegen auch Rückmeldungen. Ja, also da, ich habe ja auch gesagt, wir haben auch Politikergespräche, da will ich jetzt keine Namen nennen und nicht irgendwelche Einzelheiten raushauen oder so, aber wir sind auch durch die Aktionen mit denen im Gespräch. Und im Übrigen, seid ihr ja sowieso schon dabei, alle irgendwie anzuschreiben und das ist auch in Ordnung. Ja, auch unabhängig davon, was wir jetzt hier machen, welche E-Mail-Aktionen wir vorbereiten, ihr schreibt sowieso alle an, ja, irgendwie, und das ist auch gut so. Soll ruhig ein bisschen Grundrauschen da sein, die sollen überall merken, oh, das ist ein wichtiges Thema da draußen irgendwie, auch bei denen, die wir jetzt erstmal noch nicht adressiert haben mit unseren E-Mail-Aktionen. Und da kommen ja auch überall Antworten raus, die wir auch wieder gebrauchen können, ja, wenn wir dann eure Antworten gepostet sehen, teilweise kriegen wir die auch geschickt oder wir werden markiert in den sozialen Medien, ne, guck mal, hier hat wieder der und der, das und das geantwortet, ja, dann kann ich auch vielleicht hier und da mal einordnen, wie zum Beispiel bei dem Fraktionsvorsitzenden von Niedersachsen, wo alle denken, Niedersachsen ist jetzt safe, nee, ist nicht safe, ja, so, die Formulierung reicht nicht, ja, das ist einfach Blendwerk, was der da macht. Also insofern, ja, auch unabhängig von uns, schön irgendwie alle mitmachen, alle ansprechen. Wenn ihr Leute kennt vor Ort, sprecht die an, sagt denen, was ist jetzt da los mit dem Cannabis-Gesetz? Ich denke, das kommt zum 1.4. Wieso ist jetzt unser Bundesland da nicht irgendwie klar? Wieso macht ihr in der Regierung, sorgt ihr in der Regierung nicht dafür, dass unser Bundesland den Vermittlungsausschuss nicht anruft, da redet mit Hinz und Kunz, macht die alle Kirre? Wie gesagt, es kommt jetzt drauf an, auf euch, wenn wir alleine eine E-Mail-Aktion oder irgendeine Aktion hinstellen und keiner macht mit, dann bringt das nichts, ja? Also, ohne euch geht es da nicht vorwärts, ohne euch wird dieses Gesetz vorerst nicht in Kraft treten. Ganz klare Sache. Warum wenden wir uns nicht direkt an alle Mitglieder im Bundesrat? Auch die Frage kam jetzt öfter mal, der Bundesrat ist ja funktional besetzt, sage ich mal, Ministerpräsidenten, bestimmte Minister, also stellvertretende Ministerpräsidenten von verschiedenen Parteien, die sitzen da drin. Die geben aber nicht persönlich ihre Stimme ab, wie sie wollen. Ja, es geht nicht darum, deren Meinungen zu beeinflussen, sondern ein Bundesland kann sowieso nur einheitlich abstimmen. Es geht nicht, dass der Ministerpräsident dafür den Vermittlungsausschuss stimmt und sein Stellvertreter der Nebensitz von einer anderen Partei dagegen oder so. Ja, das Bundesland muss mit einer Stimme sprechen. Und in den Koalitionsverträgen auf Landesebene steht überall drin, regelmäßig ist das Standard, wenn ein Koalitionspartner anderer Meinung ist als die anderen. Oder wenn bei Zweien, die da nur zusammen sind, wenn die sich nicht einer Meinung sind, wird es enthalten. Das ist Standard und muss man eigentlich gar nicht groß diskutieren. Deswegen muss sich Niedersachsensgrünen müssen ja auch nicht stark machen dafür, die können einfach sagen, ja, Enthaltung, fertig, da brauchen die gar nichts zu diskutieren. Und bei den Ministern und bei den Ministerpräsidenten ist klar, die sind alle gegen Legalisierung. Wenn man die alleine machen lässt, die lassen sich auch nicht von E-Mail-Aktionen beeindrucken, dann haben wir verloren. Wir müssen die ganze Parteikirre machen, wir müssen der ganze Partei klar machen, was sie zu verlieren haben und da sind die Landtagsabgeordneten in die richtigen Adressaten. Teilweise sagen die auch, wir sind doch gar nicht zuständig, wieso werde ich jetzt hier vollgebombt mit Mails? Aber sie sind ja sehr wohl zuständig, weil in den Koalitionsverträgen das eben steht. Die Koalitionspartner können die Enthaltung erzwingen. Und wer ist Koalitionspartner auf Landesebene? Die Fraktion, die Parteien, nicht die Minister. Die Minister sind Ergebnis der Koalitionsverhandlungen. Wer jetzt welches Ressort kriegt, da wird erst danach bestimmt, wer das Ministeramt dann kriegt. Aber Koalitionspartner sind die Fraktionen in ihrer Gesamtheit. Alle MDLs, alle Landtagsabgeordneten, nicht nur die Zuständigen für Cannabispolitik, die sind alle zuständig dafür, zu sagen, das entspricht, widerspricht diametral unserer Programmatik, wir sind eine Legalisierungspartei, wir werden den Vermittlungsausschuss nicht anrufen, fertig aus. Das ist das, was notwendig ist und was wir brauchen. Jetzt mal zahlen, wie viel da bis jetzt mitgemacht haben. Nordrhein-Westfalen, die erste Aktion, war auch am stärksten. 13.800 E-Mails sind da rausgegangen an die grünen Landtagsabgeordneten in Nordrhein-Westfalen. Und ich kann euch versichern, die haben in den letzten Jahren zu keinem anderen Thema so viele E-Mails bekommen. Hamburg, 8.600 E-Mails für die Grünen, Baden-Württemberg 6.500, Niedersachsen 4.000, Mecklenburg-Vorpommern 400. Das wird natürlich auch wegen des zeitlichen Ablaufs weniger, weil bei den jüngeren Aktionen noch gar nicht so viele Leute Zeit hatten, da mitzumachen. Ich muss aber auch sagen, ihr dürft da nicht nachlassen. Selbst wenn ihr vielleicht glaubt, vielleicht bringt das alles nichts, aber es könnte vielleicht was bringen. Schadet ja nichts. Ein Klick kostet euch zwei Minuten das Ganze. Macht das doch bitte. Und guckt nochmal drauf. Also wie gesagt, 13.800 NRW, Niedersachsen 4.000. Dreimal so viel haben in NRW mitgemacht. Alle, die bei NRW mitgemacht haben, noch nicht bei Niedersachsen mitgemacht haben, geht nochmal auf die Seite. Wir haben mittlerweile eine zentrale Seite für die ganzen Aktionen, wo auch die ganzen Neuen jeden Tag jetzt reinlaufen. Guckt da durch, wo habe ich schon mitgemacht, wo habe ich noch nicht mitgemacht. Holt das nach. Tägliche Pflicht, ein paar Klicks. Ihr haltet euch stundenlang in den sozialen Netzwerken auf, dann könnt ihr eben auch zwei Minuten für diese E-Mail irgendwie drauflegen. Ja, das ist wirklich wichtig. Ohne euer Zutun werden wir das nicht schaffen. Nochmal zu dieser Demo in Düsseldorf. Unsere Ortsgruppe in Düsseldorf organisiert die am 16. März ab 13 Uhr vor der Landesgeschäftsstelle der Grünen NRW in der Oststraße 41 in Düsseldorf. Das ist fußläufig vom Hauptbahnhof. Ja, also ihr könnt auch gerne aus anderen Städten da hinkommen. Zur Demonstration rufen auf Deutsche Handverband Düsseldorf, Deutsche Handverband Bergisch Land, Deutsche Handverband Milchengladbach, Cannabis Social Club Düsseldorf, erster Cannabis Social Club Kleve, Cannabis Club Wubatz e.V. Nie gehört. Aber schön, dass ihr dabei seid. The Social Club Düsseldorf e.V. Weitere Personen, Gruppen und Vereine. Also es ist nicht nur die Ortsgruppe, um das hier auch nochmal zu sagen. Ja, geht da hin. Samstag, 16. März. Ich kann selber leider nicht hin, weil ich in der gleichen Zeit in Baden-Württemberg auf Mission bin und auch da ja, wichtige Gespräche führen werde, die mit der ganzen Sache zu tun haben. Ja, wie gesagt, Spitze des Eisbergs, ich kann da nicht alles ganz genau auseinanderdröseln, was wir da tun, aber wir sind ununterbrochen aktiv. So viel erstmal dazu aus dem Ortsgruppenfunk. Auch lauter Sachen, die damit zu tun haben. Nochmal Ortsgruppe Düsseldorf, die organisieren nicht nur die Demo, sondern sie haben auch ein Schreiben an die Grünen NRW formuliert und persönlich abgegeben in der Landesgeschäft auch wieder zusammen mit anderen Aktivisten und Gruppen eine Pressemitteilung rausgegeben, zusammen mit der Ortsgruppe Bergisch Land. Da gibt es Medienerwähnungen in der Rheinischen Post und im Rhein-Schweiler Generalanzeiger. Und unser Sprecher der Ortsgruppe Düsseldorf, Chris Demmer, war in der WDR Lokalzeit. Dazu hier ein kleiner Ausschnitt. Für Chris Demmer vom Deutschen Hanfverband ein historischer Tag. Dieses Gesetz kann ich mir vorstellen, dass dieses Tabu über den Konsum von Cannabis und ein entspannterer Umgang mit dem Genussmittel stattfindet. Ganz klar ist, dass wir andere Regeln haben als beim Konsum von Alkohol, der ja überwiegend frei konsumiert werden kann in unserer Gesellschaft. Das ist auch richtig so, weil Cannabis sollte nicht verharmlost werden, sondern es sollte klare Regeln dafür geben. Aber wir müssen insgesamt zu einem entspannteren Umgang kommen. Ja, dann haben wir noch Infos von der Ortsgruppe Rhein-Neckar. Auch die haben einen offenen Brief geschrieben an die Grünen in Baden-Württemberg. Also auch da direkter Kontakt zum Problem-Legalizer, zum Theorie-Legalizer Grüne in Baden-Württemberg, die sich eben, wie gesagt, auch für die Verschiebung ausgesprochen haben. Und nochmal von der Ortsgruppe Dortmund, die frisch sich gegründet hat. Da gibt es diverse Presseberichte über das erste Treffen. Also auch die sind gut eingeschlagen, sofort mit großer Reichweite. Viele Leute erreicht, dass jetzt auch in Dortmund wieder eine DHV-Ortsgruppe aktiv ist. Bestimmt auch viele davon in Düsseldorf dabei, nehme ich mal an. Und damit komme ich zu den Terminen. Auch diesmal hier nicht nur Ortsgruppentermine und fängt gleich an mit einem, der nichts mit einer Ortsgruppe zu tun hat, nämlich eine Infoveranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin am 12.03. abends das neue Cannabis-Gesetz. Da ist Kamen-Werge, glaube ich, auch dabei. Ihr seht die näheren Infos zu den Terminen auf unserer Homepage oder in der Videobeschreibung, der Link zur Homepage. In Halle trifft sich unsere Ortsgruppe am 13.03. In München am 14.03. In Heidelberg gibt es einen Infostand der Ortsgruppe am 16.03. Dann in Düsseldorf nochmal Demo 16.03. Samstag ab 13 Uhr Ostseestraße steht hier 41. Ich dachte eben wäre Oststraße gewesen. Guckt nochmal nach, wo genau. Jedenfalls vor der Landesgeschäftsstelle der Grünen 16.03. Und in Mannheim trifft sich die Ortsgruppe am 19.03. Und davon weiß die Gruppe selber noch nichts, vielleicht komme ich da vorbei. Ich habe ja gesagt, dass ich um dieses Wochenende drumherum, wo die Demo in Düsseldorf ist, in Baden-Württemberg zu tun habe und wohl auch am 19.03. in Mannheim sein werde. Das heißt, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit gucke ich mal vorbei bei der Ortsgruppe Rhein-Neckar in Mannheim am 19.03. zum 19.00 Uhr. Weitere Infos dazu in der Videobeschreibung auf unserer Homepage. Bitte folgt uns in den sozialen Medien. Ich selber bin zum Beispiel auf Twitter am aktivsten, wo, ja, bei Facebook poste ich nur noch die News immer rein sozusagen. Da kommt sehr wenig Feedback irgendwie ist für politische Kommunikation trotz irrem Elon Musk immer noch die beste Plattform, die am besten funktioniert. Also auch da, wenn ihr meine Timeline da durchguckt, seht ihr, was los ist, wo man sich beteiligen kann und welche Infos das so gibt, die wichtigsten zum Thema Bundesrat und Cannabis Gesetz. Und natürlich auch beim Handverband auf allen möglichen Kanälen in eurem sozialen Lieblingssozialnetzwerk folgt uns, guckt da, wo ihr mitmachen könnt, wo ihr euch einklinken könnt und folgt vielleicht ein paar von den Hauptkanälen, die auch außerhalb vom Handverband sehr aktiv sind und viele Follower haben und wo ihr den Eindruck habt, deren Kommentare unter Politiker Statements und so weiter kommen mir sinnvoll vor und dann könnt ihr da mit reingrätschen und als liken und so weiter und die ganze Sache richtig Wumms verschaffen. Im Internet sind wir am stärksten und das sollten wir nutzen, das müssen wir nutzen und du musst da mitmachen, sonst gibt es kein Cannabis Gesetz zum 1. 4. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke und liked dieses Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend. bis zum 2. 1. 2.